So, so, die Stimme wieder mal. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Es ist jetzt 5.36 Uhr, denn gestern wurde noch der Rauchtag mit Kastatur angekündigt in Pokémon GO. Stellt euch das mal vor. Ah, die stellt sich auch gerade vor. Ich habe ja für heute schon ein Video vorbereitet für 15 Uhr. 20 Uhr wird es wieder eine Premiere geben und so weiter. Ich habe gedacht, das muss ja aktuell rausgehauen werden, also möchte ich das für 10 Uhr schnell als News-Video machen. Ist auch keine große Nummer. Ein stacheliger Rauchtag mit Kastatur. Dreht jetzt hier nicht auf die Tastatur. Steht bevor. Kastatur, ja, dieses Stachelbären-Pokémon, okay, sieht lustig aus. Gab es dann mal. Shiny war ein bisschen noch selten. Meiner Meinung nach war halt unnütz. Du machst nichts in Raids damit, du machst nichts in der GWL damit, aber wer das Shiny noch braucht, wer das Shiny noch sucht, könnte diesen Rauchtag natürlich nutzen. Wie ein Rauchtag abläuft, müsste eigentlich jeder wissen. Das Rauch-Pokémon, das scheint durchweg gehen die ganze Zeit über aus dem Rauch. Und dann gibt es immer den Typ aufgeteilt alle zwei Stunden. Hä? So. Rauchtag Kastatur. Sonntag, der 26. Mai von 11 bis 17 Uhr. Ihr habt also sechs Stunden Zeit, auf Kastatur-Jagd zu gehen. Pokémon des Tages. Kastatur. Erhöhte Chance, einem schillernden Kastatur zu begegnen. Event-Pogi. Event-Boni. Es ist sehr früh. Ich erkenne auch kaum was. Ich habe total... Das ist alles verschwommen. Die Lunge drückt alles. Rauch lockt mit größerer Wahrscheinlichkeit Kastatur an. Es besteht eine höhere Chance auf schillernden Kastatur. Der Abenteuer-Rauch hält doppelt so lang an, wenn er während des Events aktiviert wird. Das ist auch schön, weil da sind ja immer diese Gala-Vögel drin. Wer da noch keinen hat, nutzt das mal im Event. Dann, weil das Ding Pflanze und Stahl ist, gibt es also immer zwei Zeitfenster. Denn neben Kastatur gibt es auch Pflanzen, Pokémon, die häufiger angelockt werden in der Zeit von 11 bis 12, von 13 bis 14 Uhr und von 15 bis 16 Uhr. Begegnet euch also auch vermehrt Hisui, Voltobal, Tangela, Hopspros, Lilminip, Paragoni, Bubungus. Das sind drei Stunden insgesamt, wo es Pflanzen gibt. Und die anderen drei Stunden gibt es Stahl, Pokémon wie Galamauzi, Magnetilo, Stolunior, Tarnel, Schilderus, Togedemaro. Das immer in den Zeiten dazwischen, also von 12 bis 13, von 14 bis 15 und von 16 bis 17 Uhr. Es wechselt sich also immer eine Pflanzenstunde und eine Stahlstunde ab. Was wäre denn jetzt interessant an Pflanzen? Paragoni für GBL, Bubungus für Staub. Das wären jetzt meine Tipps im Pflanzenbereich. Ich finde den Stahlbereich auf jeden Fall deutlich besser. Magnetilo finde ich richtig gut, weil Magnezone ist trotzdem noch ein starker Stahlangreifer. Stolunior würde ich mitnehmen noch, weil ich da immer noch für die Mega-Entwicklung und so weiter noch ein paar Bonbons dann brauche, noch was hochziehen möchte. Tarnel, sowieso der Boss. Tarnel, das beste Pokémon von allen hier. Eigentlich hätten sie einen Rauchtag mit Tarnel machen müssen. Die Leute hätten sich bestimmt mehr gefreut. Eventbox, es wird eine Eventbox geben im Ingame-Shop. Für eine Pokémünze kann man einen Rauch bekommen. Also wer keinen Rauch hat für den Tag, nutzt das. Nehmt euch einen Rauch und raucht halt an dem Tag mal ordentlich. Sechs Stunden Dauerqualmen, wieso nicht? Belohnungen für Feldforschungen. Feldforschungsaufgaben mit Begegnungen. Ne, da gibt es gar keine Begegnungen. Also fangt halt Pflanzen und Stahl-Pokémon und dann kriegt ihr Staub, Bären und Bälle. Von Pokémon-Begegnungen in den Feldforschungen steht hier nichts. Von Showcases steht hier nichts. Von einem Extra-Ticket steht hier nichts. Kostenpflichtige Forschung haben wir nicht. Also es ist ruhig, es ist überschaubar. Für die meisten ist es eh wieder langweilig. Ich versuche mich momentan vermehrt auf diese kostenpflichtigen Tickets dann zu beschränken, wenn sowas ist, dass ich das direkt mache und auch zeige, weil das ja eben nicht jeder hat. Das ist was, was jeder hat. Das ist was, was weiß ich nicht, an mir wahrscheinlich auch wieder vorbeigeht, da nicht großartig was kommen wird. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da Bock? Werdet ihr da mitmachen? Was ist euer Favorit? Raucht ihr sechs Stunden? Ich werde nicht mal eine Stunde rauchen, glaube ich. Und die Zeit anders nutzen. Ich habe so viel zu tun in nächster Zeit, da ist das jetzt hier erstmal ein bisschen Nebensache, geht ein bisschen unter. Das war es aber von meiner Seite aus. Ich mache immer noch die Videos draußen mit dem Raid-Boss-Wechsel in der Woche, wurde vereint es hier gleich mit allen anderen Sachen. Das seht ihr dann auch bei dem Regirock-Video, was 15 Uhr kommt. Also das soll fester Bestandteil bleiben. Ich habe mich, habe ich schon überlegt, lohnt es sich überhaupt noch, Infovideos zu machen? Für solche Events zum Beispiel reicht dann nicht, einen Link zu posten oder kurz eine Übersichtskrafik zu posten im Community-Tab, sich nur auf die Videos, wo man unterwegs draußen floggingmäßig Pokémon mit anderen Sachen vereint und Infovideos komplett weglässt, weil du wirst ingame sowieso benachrichtigt. Es gibt so viele Gruppen, wo immer alles da gepostet wird. Braucht es noch Videos, wenn die Leute eh keine Videos großartig mehr gucken, weil es denen zu langwierig ist, zu lange dauert. Wenn man in einer Minute alles hat, muss man dann zehn Minuten Video gucken. Wenn ihr noch Bock habt auf Infovideos, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr sagt, mach weiter wie bisher. Ist doch egal. Wir wollen ja auch deine Meinung immer dazu. Wenn du nur eine Grafik postest, haben wir deine Meinung nicht. Ansonsten müsste ich nicht um 5 Uhr noch was aufstehen. Ich konnte eh nicht schlafen, also egal. Außerdem ist die Nacht eh gleich vorbei. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal und zwar 15 Uhr und 20 Uhr. Ciao.